Joach, willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop, es gibt mega viele neue Sachen und zwar hier, die zwei Skins, äh ja, finde ich jetzt nicht so nah, es gefällt mir nicht so. Dann die Spitzhacke, der Gleiter und dann auch die Spitzhacke. Und auch noch eine neue Tarnung, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Creator-Code eintragen würdet. Rechts unten im Shop, Fiek drücken, dann ArjenFN. Naja, heute wollte ich eigentlich ganz natürlich eine Nicht-Heilen-Challenge machen. Also ich darf keine Heilsache mitnehmen, mich nicht heilen. Ähm, aber ja, dann ist noch ein bisschen mehr in der Runde passiert. Ich würde sagen, schaut es euch einfach an und los geht's. So, ich lande mal hier direkt tilted. Ah, also es sind hier viele. Gib mir bitte eine Pump oder so. Ich brauche eine Waffe. Nice. Also ich denke mal, die Challenge wird gar nicht mal so schwer sein. Weil man ja pro Kill Leben bekommt. Hier ist einer. Das war knapp. Fuck, jetzt habe ich noch weniger Leben als davor. Okay, ich muss unbedingt einen Kill machen. Ja, okay, ich bin tot. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal über 100 Leben. Bisschen Schild. Und ich habe einfach schon so viele Metzes, so geil. So, das Lagerfeuer erstmal weglegen. So, da ist auf jeden Fall noch einer. Ah,ивe ich noch was, aus. Okay, okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, die Minis würde ich jetzt so gerne mitnehmen. Easy. Und schon über 150 Leben. Oh. Hey, warum habe ich nur so wenig Metz? Gehen hier noch irgendwo welche? Ich versuche ihn, dass ich wieder einen Nosecope. Äh, okay. Alter, das sollte eigentlich eine Nicht-Height-Challenge sein. Und ich habe einfach zwei Nosecopes in einer Runde gemacht. Aber ich habe voll wenig Kills dafür, dass ich in Tilted gelandet bin. Ist mir eigentlich egal, ob ich die Runde jetzt gewinnen werde oder nicht. Ich werde sie auf jeden Fall hochladen. Allein schon wegen den Nosecopes. Oh, fuck. Fazel. Alle drei Nosecopes in der Runde haben getroffen. Was? Alter, was ist das für eine Runde? So, ist hier irgendwo jemand? Okay, ein Loot-Deck ist irgendwie keiner mehr. Dann werden wahrscheinlich da oben noch welche sein. Okay, hier oben ist auf jeden Fall... Hier sind zwei, glaube ich. Okay. Okay, hier ist er irgendwo hingeflogen. Ah ja, hier ist jemand. Okay. Nein! Hä, wie viel Jump jetzt hat der denn noch? Der hat jetzt schon drei oder vier benutzt. Komm, du wirst jetzt genau scoped. Oder so. Alter, diese Runde. Soll ich dir mal die Ska und die Pump mit? Ah, ich spiele einfach mal Double Sniper. Mit der Sniper läuft es ja ganz gut, die Runde. So, ich gehe jetzt mal auf den Berg hier hoch. Wer vorhin noch jemand anderes hier ist. Mir schauen noch zwei Leute zu. Die wundern sich wahrscheinlich, warum ich die Minis trinke. Oder mich irgendwie heile. Und warum ich fünf Waffen im Inventar habe. Okay, es leben noch drei Gegner. Wo könnten die sein? Ich habe keine Ahnung. Achso, keine Ahnung, ob ich das schon erwähnt habe. Aber ihr seht ja, ich spiele jetzt wieder stretched. Weil mir mega viele in die Kommentare geschrieben haben, dass ich wieder stretched spielen soll. Und hier ist jemand. Und hier ist jemand. Hey, der nervt so. Nein! Puh, Alter. Oh Mann, ich brauche jetzt unbedingt eigentlich das Lagerfeuer. Fuck, Mann. Aber ich kann es nicht benutzen. Nein, ich muss in die Zone. Der kämpft da safe beim Haus oben. Oh, das ist noch ein 1 gegen 1. Oh, den würde ich jetzt so gerne trinken. Wenn, dann muss ich ihn eigentlich snipen. Kurz noch einen Auskopf versucht. Oh, und dann macht der noch Losertanz, Alter. Na, ich habe zwar die Challenge jetzt nicht geschafft zu gewinnen, ohne mich zu heilen, aber ich werde die Runde auf jeden Fall hochladen, wegen den No-Scopes. Naja, vergiss nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Creator Code Ariane fände ich vergessen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.